hallo und willkommen zurück heimt spiel mir spinntires mudrunner auf der neuer die oec map gefreut mich dass es wieder eingeschaltet habt wir werden auf simulation spielen startfahrzeuge verlassen wir so simulation los geht's so ich spiele wieder mit controller da haben wir schon gleich mal ein lustiges auto ziemlich kleine reifen ja handbremse schauen wir mal der glaube ich ist auch neid der lkw ich glaube wenn wir einen spül sound ein bisschen leiser spielen so ja fangen wir mit den beobachtungspunkten mit den beobachtungspunkten ich glaube wir haben die steuerung geändert das war fein mit den beobachtungspunkten machen wir schnell mit der maus so wir fahren jetzt mal hin oh meist wird etwas leihkamen Schau mal mehr. Schau mal mehr. So genau. Weizer. Jetzt geht wieder was vorwärts. Das Auto ist schon. Das ist für mich lustig. Also Tankstall. Wir sind eh voll. Die näher uns. Das Auto ist jetzt überall ein Moped. Jetzt bin ich seit zweiter Kammer. Weil ich denkt nicht. Das Auto ist ein Moped. Okay. Oh. Hängen geblieben. Oberschreiten. Der Baum kommt in den Trieb. Der Baum kommt in den Trieb. So. Wird das Differenzial geschlotzt wird. Der Baum kommt in den Trieb. Wir können ja auch mal so fahren. 100 Wetter noch. Aber jetzt ist es schon mal. Jetzt sind wir gleich da. Oh. Der Baum kommt noch. Wo ist er? Der erste Billbock, wenn es gut ist. Das ist mir nicht gut. Es ist mir nicht gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Baum! Oh, kommt da drüber! Ja, kommt drüber! Den nächsten Punkt haben wir geschafft. Schauen wir mal. Kommen wir da hin. Fast 400 Meter. Handbremse. Handbremse. Wir schauen, ob wir da überhaupt durchkommen. Mit dem... Mit dem Minigreifen. Die schubbt keinen Reifen. Mit dem Minigreifen. Die Flak zieht auch raus. Durch wieder BAM. Können wir drüber? Ja! Schaut gut aus. Ja! 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 Wir schaffen's! Gut. Mit dem Minigreifen. Ja! 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 powered by Der Zwerg hat es geschafft. Da war wieder ein Baum oder Steine. Und er wühlt sich durch. So, das Auto schafft mehr, wenn ich am Zwerg antreten. Das ist anscheinend ziemlich leicht. Das ist ein Stein. Schauen wir mal, wenn wir am besten weiter holen. Das war ja in der Mitte. So, jetzt geht es weiter. Ja, es geht weiter. Das sind ziemlich stabil, die kleine Äste. Ich weiß nicht, dass wir da bauen. Die sind tödlich. Das sind 14 Meter. Wir nähern uns dem Ziel. Ziel. Da vorne. Das Ziel kommt näher. Was ist das, wenn wir noch keinen Shorten haben? Ähm... Okay, wir haben noch einen... Forecast. Geil. Haben wir... Spriken. Oh! Man ist schafft. So. So. Wir sind dann so. Dies war's für die erste Horepia. Spintires. Mudrunner. Ich hab's hier auch so als Mudrunner. Und das Spintires. Hm? Mudrunner. Spintires. Ich hoffe, es schaut's beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Bis dann. Tschau. Wolf. vale funktioniert es Ihnen noch mal auf. Kilometer. Mänh. Negern.